Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Neben einem neuen Stimmergerücht um Bartosz Bialek gibt es auch ein neues Transfergerücht um einen neuen Innenverteidiger. Und zwar geht es darum, dass Leo Greimel möglicherweise zu Schalke wechseln könnte. Das berichtet World of Schalke, eine Instagram-Seite für S04-Fans, eine sehr, sehr gute Seite. Und die hat nun mal Folgendes geschrieben. Die Quelle, die uns im Juni 2021 über den Ramftel-Wechsel von S04 informiert hat, hat uns verraten, dass nun der nächste Wechsel bekannt werden könnte. Und somit muss man dazu sagen, dass die Quelle sozusagen anonym ist. Das muss man mit Vorsicht behandeln, aber World of Schalke sagt, dass angeblich Leo Greimel, ein Innenverteidiger von Rapid Wien, im Sommer ablösefrei zu Schalke wechseln wird. Laut der Quelle von World of Schalke seien seine Mitspieler bereits in seiner Entscheidung informiert worden. Er hat das auch wohl im Mannschaftskreis schon erzählt. Was auf jeden Fall schon offiziell ist, unabhängig von irgendwelchen Quellen, Greimel wird seinen Ausnahmevertrag bei Rapid Wien nicht verlängern. Das wurde gestern bekannt gegeben. Zum Spieler, Greimel ist gerade mal 20 Jahre alt und gilt als wirklich großes Talent in der Innenverteidigung. Ist dort auch ein sehr, sehr guter Spieler, jetzt schon bei Rapid Wien. Aktuell ist er zwar nicht mit dabei, weil er sich am Kreuzband verletzt hat, wird aber sicherlich zur Saisonvorbereitung wieder mit dabei sein können und möchte dann eben auch zu einem neuen Klub wechseln. Möglicherweise auch nach Deutschland. Gestern kam auch schon das Gerücht auf um TSG Offenheim und ich denke mal, das klingt dann schon nach einem ganz anderen Konkurrenten, wo wir Schalker sicherlich nicht mithalten können. Aber diese Quelle, die ihm auch schon den Ramftel-Wechsel bekannt gegeben hat, sagt nun, dass Greimel zu Schalke wechseln wird. Noch einmal, auch das gilt es mit Feuze zu genießen, dieses Gerücht. Aber vom Spielertyp, vom Potenzial her, klingt das auf jeden Fall schon mal spannend. Aber es ist halt am Ende auch nur ein Gerücht. Eure Meinung dazu mal trotzdem gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!